Das zum Beispiel, was dich glücklich macht, was deine Leute gern mögen oder was du selber magst, was dir Freude bereitet, was dir Spaß macht. Ich bin heute auch glücklich, weil meine Aerotherapeutin ist wieder gesund. Ich bin glücklich, wenn ich mir die umarme. Mama, siebenfünftig. Endlich, Eduard, bist du da. Wir brauchen dich. Stefan, 48. Schön, dass wir uns wieder hören. Nicole, 51. Ich habe Hunger und mache ein schönes Brot mit Käse. Sie haben es ja erfahren. Das ist ja schön. Verkäuferin, 60 Jahre. Mein Neffe, der ist gut drauf, wenn er Fußball spielt. Ja, mich macht es auch glücklich, wenn ich am Wasser bin, wenn ich auf der Fähre bin. Urlaub, Tanja, Cuxhaven. Ich fährt von Cuxhaven nach Brunsbüttel. Sarah kommt von mir und gibt meine Arme und die will gerne Kuss geben. Das ist ja auch eine Freude. Wenn ich nach ein paar leckeren Stückchen Hühnchenfleisch auf der Küchenbank liege und schön schlafe. Kater, Paule, ein Jahr. Mein Vater ist ja zufrieden, wenn er bei seinen Motorrädern ist. So ein Familientag ist schön, aber auch anstrengend. Und ich bin froh, wenn alle wieder weg sind. Ich bin glücklich, wenn ich die Stalltür öffne und sehe, wie meine Schweine nach draußen ins Außengehege flitzen. Ernst, 77. Das ist toll, dann brauche ich selber nicht kochen. Dann brauche ich dann bloß in der Mikrowelle warme. Mama, 90 Jahre. Ich freue mich über Tomaten, Gurken. In 86 Jahren. Mein Freund riecht nach Vanille. Wenn ich auch mein Unimuck basteln kann, dann bin ich auch gut zufrieden. Ich bin glücklich, wenn ich vor meinem Arm liege und der Ermittelsschicht wieder voll ist. Lebe ich drei. Mein Bruder ist am besten zufrieden, wenn er seine Kinder in den Armen hat. Ja, manchmal gucke ich auf die Uhr, gleich ist Feierabend. Wenn am Samstag Nachmittag auf meinem Teller ein schönes Stück Obstkuchen liegt. Ernst, 77. Ernst, 84. Sie sehen uns an, eyぐall. Musik